und starten dieses hier neu was ihr hier seht ist ein first edition booster in deutsch mit dem artwork das ist ein light booster und also ich habe das jetzt mal gewogen ist leider nur ein leid das heißt wir werden keine rolle drin haben aber trotzdem bei glück starter pokémon was wir ganz stark hoffen ansonsten war das booster bitte drückt mir die daumen wir machen das jetzt hier auf das hat den riss hier unten der verkauf ist sehr schwierig ich hoffe dass wir das booster jetzt sauber auf bekommen dazu wenn ich mir ein bisschen platz vorsichtig zu öffnen ihr hört es aber kann das gerade nicht sehen das ist kurz könnt ihr es noch sehen ich möchte einfach die laschen haben wir noch nie so einen booster geöffnet von daher hoffen wir jetzt einfach dass das hier leute so was habe ich da war ich acht oder zehn da habe ich das letzte mal so ein booster geöffnet das ist mega krass heute können wir nicht glauben aber das riecht mega und ich weiß ja dass das eigentlich drei karten sind also sollten jedenfalls sein wir machen das mal vorsichtig nach vorne ich habe echt angst ist cool und gleich ein bisasam das fängt super mega an ein bisasam first edition wir werden die karten jetzt vorsichtig ablegen ich packe später in ruhe ein auf jeden fall haben wir first edition bisasam ein dikter ein volto ball eine psychische energie first edition eine feuer energie habe ich irgendwas falsch gemacht ein dikterie ein peregon das kommt ja auch sehr oft vor trainer super trunk first edition ein sternen und ich habe was falsch gemacht ja aber ist nicht schlimm immerhin wir haben ein bisasam was ich super toll finde und so vom licht kann ich jetzt eigentlich jetzt nichts dramatisches sagen könnte piece 810 sein könnte ich kann jetzt so nix sehen aber ich bin kein profi das heißt ein bisasam hammer auf jeden fall freut mich sehr das dikter und dickdry hammer also ist ja schon mal ein cooles set und ja die trainer karten sind jetzt vielleicht nicht der börner wir haben aber ein stern do und ja das ist lebens hart ich wünsche euch alles gute vielen dank fürs zuschauen liked und abonniert wenn es euch gefallen hat und vielen dank an alle macht's gut